Neulich kam meine Frau aus dem Baumarkt unseres Vertrauens nach Hause und brachte als Begrüßungsgeschenk, Werbegeschenk oder sonst irgendwas so ein tolles Teil mit nach Hause. Da können wir unsere Schrauben drin sortieren oder was weiß ich, sonst irgendwelche Dübel oder Zeugs. Wir brauchen es aber nicht, denn wir haben schon so ein Ding für die Schrauben und so viele Schrauben haben wir auch gar nicht. Aber okay, unser Baumarkt hatte ein Jubiläum oder eine Verlosung oder was, da habe ich gedacht, was sollen wir denn mit dem Ding jetzt auch noch. Aber plötzlich hatte ich eine Idee. Ich dachte, wieso nutze ich das nicht für die Arbeit im Kindergottesdienst, in der Jungschar oder bei anderen Arbeiten, wo ich ständig Geschichten für Kinder erzähle und wo ich so einen Zauberkasten gebrauchen könnte. Und dann bin ich einfach in den Keller gegangen und habe geguckt, was ich da alles so finde. Ja, und da fand ich dann jede Menge, zum Beispiel Spielfiguren, Farbwürfel, altes europäisches Geld auch noch, angemalte Goldsteine, Filzherzen und andere Figuren aus Filz, aus Stoffen, alte Zauberkastentricks, Würfel, Setkorden und solche silbernen Scheiben. Die kamen dann jetzt alle in den Koffer hinein, jedes in sein eigenes Fach und dann konnte ich loserzählen. Der Stoff wird gerollt und auch noch in das Fach gesteckt und dann habe ich eigentlich alles drin. So ein kleines Plastikkerzchen noch, Deckel drauf, fertig. So, und jetzt habe ich eine Packung, in der jede Menge biblische Geschichten drinstecken. Und wenn ich jetzt loslegen soll, bin am Strand zum Beispiel, nicht vor 100 Kindern zugegebenermaßen, aber so 10, 15 Kinder, die im Kreis um einen Tisch oder auf der Wiese irgendwo um mich herum sitzen, mit denen kann ich dann ganz geheimnisvoll eine Geschichte einfach vom verlorenen Schaf mal eben vorführen. Achtung, das geht so. Zuerst alle Sachen rausholen, die ich brauche, die verschiedenen Filzteile, die Blumen, die Decke. Die Decke wird schön ausgebreitet und das Kerzchen hier, das soll der Hirte darstellen. Dann kommen die Filzschäfchen dazu, ein Schafstall und ich kann auch schon dabei erzählen, eine Hirte hatte ein paar Schafe, die führte er immer auf die Weide, da ist das blaue Meer oder der See, die Blumen und abends kamen sie immer wieder in den Stall zurück. Eines Tages hat sich dann das Schäfchen verlaufen und war ganz im Dunkeln alleine der Hirte sucht, bis er das Schäfchen endlich gefunden hatte und zurück zu den anderen bringen konnte. Ja, das und vieles andere kann ich darstellen mit meinen Geschichten. Würde ich so ein Ding hier bei irgendeinem religionspädagogischen Institut kaufen, würde das bestimmt 200 Euro kosten, obwohl wirklich nur Sachen drin sind, die ich jetzt aus meinem Keller habe. Und wenn du in deinen Keller gehst, Moosgummi siehst und alle möglichen anderen Sachen, du hast ja gesehen, was ich da reingetan habe, dann kannst du jede Menge biblische Geschichten erzählen. Diese Sektkorken zum Beispiel, die können immer wieder Menschen darstellen, die sich bewegen, die sich fortbewegen, die irgendwas unternehmen, auch die kleinen Spielfiguren. Das ist sehr klein, aber du kannst sie auch auf dem Platz bewegen. Ich habe immer die grüne Decke dabei, die eine Grundlage ist. Wenn ich die Goldstücke auf den Tisch lege, kann ich dann anschließend die Kinder fragen, was war in dem, was du gehört hast? Was war für dich jetzt das Wichtigste? Was war dein Goldstück? Und sie können das Goldstück nehmen und vielleicht in den Sack legen und sagen, mir hat am besten gefallen, dass der Hirte das Schaf wieder gefunden hat und was auch immer. Also, jede Menge Schrott in einem geschenkten, und wenn es nicht geschenkt ist, zwei, drei Euro Kasten mit Sachen, die du selber hast. Und wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was soll ich damit machen, tu dich mit anderen zusammen, Bratschlacht. Was kann man mit diesem Würfel, mit den Plättchen, mit dem, was du findest, erzählen? Und du hast den Kasten. Du hast immer etwas dabei, du kannst es immer herausholen und immer leuchtende Augen, wenn du wieder was Neues aus deinem Kasten holst, den du dir selber zusammengestellt hast.